Weißt du, wer das ist? Die wilden Kerle gab es in echt. Und sie suchen jemanden, der in ihre Fußstapfen tritt. Traut ihr euch das zu? Wir sind die Neuen. Sagt es nochmal. Ich meine die Kerle, die in die Fußstapfen der Alten treten. Dann holt mal eure Räder. Ich werde euch was zeigen. Die galaktischen Sieger. Das genau ist euer Problem. Um ihr Land nicht schutzlos zurückzulassen, schloss die Kerle einen Pakt. Mit dem Dicken Michi. Er darf es zerstören. Es sei denn, es findet sich eine Mannschaft, die wild genug ist, das Team des Dicken Michi zu besiegen. Es könnte gar nicht schön brenzlig werden, Jungs. Wir machen diese galaktischen platt. Die Pyjama-Party ist leider schon vorbei. Wir sind nur sechs. Wir sind einer zu wenig. Wir machen ein Casting. Und die wollt ihr schlagen? Der Job ist noch frei. Das sehe ich. Nein! Das ist ein... Das ist ein Mädchen. Ich spiele mit keinem Mädchen zusammen. Sag das doch mal! Wollt ihr wirklich dafür kämpfen? Es wird höchste Zeit, dass ihr eine richtige Mannschaft werdet. Das sind sie. Dann liegt jetzt alles in euren Händen. Das fühlt sich so an, wie bei den echten Kerlen. Das ist ein bisschen. so far for family movies, with Zootopia, Angry Birds, The Jungle Book and Finding Dory already having had huge successes. But there are still more great family movies to come. The remake of the Disney classic Pete's Dragon, the story of the special bond between an orphaned boy, Pete, and his best friend, Elliot, who just happens to be a dragon. Then there's Moana, starring Dwayne Johnson and newcomer Ali Cravalho, a CG animated Disney movie about Moana, a born navigator who set sail on an action-packed voyage in search of a fabled island. Trolls is also another movie not to be missed, a film inspired by the iconic toys made popular in the 70s, starring Justin Timberlake and Anna Kendrick. Finishing off the year is the animated musical comedy Sing, with its all-star cast including Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Higgerton and Seth MacFarlane. The movie is about a koala named Buster who recruits his best friend to help him drum up business for his theatre by hosting a singing competition. I'm looking forward to seeing Sing Sing. What about you? Let me know in the comments below and keep you tuned to our channel for all the best family movie trailers. Bye! Bye! Drive essaied onto a reborn few of the year. Have a nice feeling. Bye. Bye. Vielen Dank.